Ja, soweit die Stellungnahme der Bundesregierung, wie man künftig gegen den Abrechnungsbetrug bei den sogenannten Schnelltestzentren vorgehen will. Und ich bin jetzt verbunden mit Volker Kronenberg, Politikwissenschaftler an der Universität in Bonn. Herr Professor Kronenberg, man hat immer wieder betont auf der Bundespressekonferenz, naja, man musste ja so schnell diese Schnelltestzentren installieren. Da kann es natürlich auch mal den einen oder anderen Betrug geben, das sei alles kriminell. Wie sehen Sie das und vor allen Dingen, welche Wirkung hat das für die Bürger bei der Pandemiebekämpfung? Ist das etwas, was wir in Kauf nehmen müssen oder hat man einfach nicht sauber gearbeitet? Herr Rasen, als Beobachter des politischen Betriebs würde ich tatsächlich festhalten wollen, dass das, was gerade auch der Regierungssprecher Steffen Seibert gesagt hat, sicherlich für große Teile der Bevölkerung sehr plausibel klingt. Auch im Lichte dieser nun ganz akuten Betrugsvorwürfe. Es muss in kurzer Zeit gehandelt werden und dann eben in einem 80 Millionen Flächenland hier eine solche Struktur geschaffen werden. Wir müssen ja auch sehen, über ein Jahr diese Pandemie in all ihren Entwicklungsphasen und der Vorwurf, der seit Monaten ja im Raum stand, war, dass die Bundesregierung, die Landesregierungen zu langsam sind, nicht sozusagen vor der Welle nicht genug vorbereitet haben, dass die Infrastrukturen nicht da sind. Das fing ja schon früh an, die Beschaffung der Masken, anderes mehr. Jetzt geht es ganz konkret um diese Testzentren. Und dann tatsächlich hier das Argument, dass man sagt, naja, wir haben recht schnell dann diese Infrastruktur geschaffen. Diese Zentren wurden aufgebaut. Im Übrigen, so wie ich das auch verstehe, liegt hier die Verantwortung letztendlich auch hier wiederum nicht auf Bundesebene, auch nicht beim Bundesgesundheitsminister, sondern dann wiederum ist das Regional- und Ländersache. Also man hat das getan. Und offenbar sind hier Lücken gewesen. Die Lücken muss man schließen. Man muss das Kriminelle natürlich ahnden und verfolgen. Aber ich will es jetzt mal so formulieren, meine ich jetzt auch sehr schnell die Kritik, naheliegenderweise von der Opposition, Sonderermittler und und anderes mehr. Ich glaube, das muss man sich ganz in Ruhe anschauen. Ich erkenne im Moment noch nicht die politische Sprengkraft, beispielsweise auch im Hinblick auf den verantwortlich handelnden Minister auf Bundesebene, was diese Vorgänge angeht. Wir haben ja momentan ein ganzes Spektrum an Diskussionen, wenn es jetzt um die Pandemiebekämpfung geht. Wir sind am Ende der dritten Welle. Viele hoffen, dass es die letzte Welle auch ist. Jetzt kommt zum Beispiel die Frage Aufhebung der Priorisierung. Die ist ja entschieden. Jetzt geht es darum, wollen wir Kinder impfen lassen oder nicht? Werden diese ganzen Fragen momentan so aus Ihrer Sicht auch unter dem Eindruck geführt, diese ganzen Diskussionen, dass wir ja vor den Wahlen stehen? Jetzt Landtagswahlen unter anderem eben in Sachsen-Anhalt in sechs Tagen, aber vor allen Dingen auch dann im September die Bundestagswahl. Oder kann man da überhaupt noch von ausgehen, dass so etwas auch sachlich diskutiert wird? Ich glaube, wir erleben beides. Selbstverständlich erleben wir auch vor der Landtagswahl in der kommenden Woche und im Hinblick auf die Wahl im Herbst hier auch parteipolitische Profilierungsversuche völlig richtig. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Bewältigung der Corona-Krise in ihren unterschiedlichen Facetten wird ein Thema sein in den nächsten Monaten, keine Frage. Aber wir müssen eben auch sehen, und Sie haben ja gerade selbst angedeutet, wie sich die Impfgeschwindigkeit entwickelt. Wir sind im Sommer, die Inzidenzen sinken. Wir sind jetzt in einer Phase, so beobachte ich das, der Entspannung ein Stück weit, sodass man auch wiederum zuversichtlich nach vorne blickt. Und ganz spannend ist ja, wenn man sich auch die Themen anschaut im Hinblick auf Sachsen-Anhalt, was bewegt die Wählerinnen und Wähler, dann ist es natürlich auch noch das Corona-Thema. Aber es sind auch andere Themen, Wirtschaft, Bildung und mehr. Und worauf ich hinaus will, ist, wenn dann Ende September die Bundestagswahl stattfindet, wird Stand jetzt über den Sommer, wird das Thema Corona in der akuten Dringlichkeit wieder auch ein Stück weit in den Hintergrund treten. Es werden andere Themen nach vorne rücken. Und dann wird es tatsächlich um die großen Linien gehen. Wer hat denn tatsächlich dann in Krisenzeiten gutes Management bewiesen? Und wer nicht? Welches Bundesland lag vorne? Und wer nicht? Wer überhaupt musste denn handeln? Und der wird sich dann natürlich auch darauf zurückziehen, wo gehobelt wird. Da fallen Späne. Wir mussten in einer akuten Notsituation eben etwas tun. Und andere wussten es immer nur besser. Das sind dann sicherlich so Interpretationsverläufe, die wir beobachten können. Sie haben es gerade eben schon angesprochen. Es werden andere Themen in den Vordergrund rücken im Verlauf des Sommers. Wir haben ja sehr spannende Wahlen jetzt natürlich in Sachsen-Anhalt, dann in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin und in Thüringen. Also vor allen Dingen in den ostdeutschen Bundesländern. Es gab jetzt schon am Wochenende den Ostkonvent der SPD. Die Parteien bemühen sich um den Osten. Was sind denn da Ihrer Meinung nach die Themen, mit denen man die Wähler dort erreichen kann? Naja, es sind sicherlich auch Themen, die im Westen genauso virulent sind wie im Osten. Es wird natürlich, das knüpft an das an, worüber wir gerade eben gesprochen haben, es wird dann in den Blick rücken, wie finanzieren wir eigentlich das, beziehungsweise was sind denn die Folgen aus diesem Krisenmanagement, der Krisenbewältigung? Es wird die Frage im Raum stehen, Wirtschaft, es wird die Frage im Raum stehen, das Soziale. Es wird um die schwarze Null gehen oder nicht, Schuldenbremse oder nicht. Brauchen wir Investitionen und dann, wenn ja, welche Infrastruktur? Und da sind wir natürlich im Osten ein wichtiges Thema. Infrastruktur, schnelles Netz, Internet, aber eben sicherlich auch die Frage nach Straßen. Dann das ganz wichtige Thema und das spielt jetzt in Sachsen-Anhalt auch eine wichtige Rolle für die Menschen vor Ort, ist das Thema Bildung. Also ich will darauf hinaus, dass man sicherlich auch kulturelle Themen in den Blick nehmen wird. Das erleben wir ja jetzt sicherlich auch in den Wahlkämpfen. Die AfD versucht das stark zu machen, die CDU um Rainer Aseloff versucht sicherlich auch, um das Thema Gendersprache, also Übertreibung, was das angeht oder nicht, ein Stück weit zu fokussieren. Aber das scheinen mir nicht die wirklich zentralen Themen zu sein, sondern zentral wird tatsächlich sein, ja, ja, nach der Krise, was sind jetzt die Konsequenzen, was werden die Menschen spüren? Und also ganz wichtig sicherlich auch, das Thema habe ich noch nicht angesprochen, ist natürlich die Energiewende und Klimaschutz, Energiewende. Das treibt die Menschen im Osten genauso um wie im Westen. Aber wieder auf Sachsen-Anhalt und hier Kohleabbau an Rosneri. Die Frage sicherlich auch des Übergangs, Ausstieg aus diesen klassischen Energieformen, die Erneuerbaren und die Frage der Kosten. Dankeschön erstmal für diese Einschätzung.